Die berühmte schnelle Hanenkammbahn, eine der ersten Bergbahnen Österreichs, heute eine der modernsten. Auf der Südseite die Hornbahn. Hier pendeln die Einfamilienwägelchen gemütlich auf und ab. Den Endspurt zum Kitzbühler Horn bewältigen auf der zweiten Sektion mächtige Großgondeln. Auf der Bichelalm-Sesselbahn kostet jeder das herrliche Panorama in seinem eigenen Sperrsitz aus. Ein weiblicher Liftikus. Auf der Bichelalm-Sesselbahn.